Intro So, Moin, da ist mit wieder. Also, ja, Flof will wieder. He, 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 he. Also, ich war dann neulich im, äh, im, ähm, Müllergalerie, in der Müllergalerie. Das ist so ein Einkaufszentrum. Oh, Flof, hey. Also, ich war im Erdgeschoss, dann dachte ich, okay, ähm, weil ich wollte in den Bullwirt, gut, dachte ich, geh ich hoch, geh hier oben rein, weil ich generell, weiß ich nicht warum, geh ich generell oben, weil der Lehrer war. So. Ja, dann war ich gerade, die Reuttreppen hoch, dann steht er am Fenster, ja, äh, irgendwie bla bla bla, weiß ich nicht, was da nochmal stand. Auf jeden Fall, nur Erdgeschoss offen. Toll, äh, roll. Na, kaum, weil hier bin ich jetzt Rolltreppe, Roll, äh, Rolltreppe, nicht Rolltreppe, Rolltreppe hochgefahren konnte ich schon wieder runterfahren. So, boah, ne, sah echt klasse aus, wie ich da mit dem Rolltreppe fahr. Die Leute haben mich mal wieder angeguckt, äh, aber okay, na, 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 so ist das, ne. Ähm, es war da jetzt schon wieder, äh, ja, ähm, mehr könnte ich sagen, ne, ich kann jetzt nicht irgendwie, da ewig, äh, äh, um was hinzufügen, was gar nicht stimmt, ähm, das war's tatsächlich. Danke für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao. Willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020